Hi, schön, dass du dich für TronChain interessierst und jetzt hier in dem TronChain Profit Center zeige ich dir, wie du ein Wallet kreierst. Praktisch für dich, deine Verwaltung, für das Geld, was anschließend mit TronChain verknüpft wird. Die Basis ist, den Tron Link zu erstellen, die Applikation oder Erweiterung für Google Chrome. Das haben wir im letzten Video schon gemacht. So, klickst du auf das Symbol oben in der Browserzeile, so kommst du hier hin. Hier gibst du dein Passwort ein und danach bekommst du eine neue Seite, wenn du es vorher noch nie benutzt hast. So, du kommst zu dieser Seite über den Tron Link und weil du ja ganz neu bist und das noch nie vorher benutzt hast, siehst du hier drei Optionen. Einmal Create, hier erstellen wir ein neues Wallet. Hier hast du die Chance, Restore heißt Wiederherstellung. Das braucht man nur dann, wenn zum Beispiel der PC crasht oder irgendwie das System zusammengebrochen ist. Dann kann man es auf einem anderen PC oder in einem neuen Tab mit neuem Browser über Google Chrome und Tron Link wiederherstellen. Das heißt, dann wird dein Wallet wiederhergestellt und dafür brauchst du natürlich auch diese wichtigen Passwörter und auch diese zwölf Passwort-Phrasen, die ich dir gleich noch zeige. Hardware, das ist die Möglichkeit, wenn du einen Ledger hast und da kannst du dann den Ledger anschließen und verwaltest dein Wallet über den Ledger. Ja, das geht auch. Okay, weiter zum nächsten Schritt. So, der nächste Schritt ist, du wirst aufgefordert, in einem neuen Fenster einen Wallet-Namen einzugeben. So, vergib dir einen guten Namen, der dir gefällt und den du immer wieder dir gerne anschaust. Diesen Namen vergibst du und klickst unten drunter auf OK. Okay, so, danach kommt eine sehr wichtige Aufgabe. So, du siehst, im Anschluss werden hier zwölf Passwort-Phrasen aufgezeigt. Das ist praktisch wie ein Private Key zu deinem Nenem Wallet. So, dieses musst du gleich, wenn du auf Continue klickst, musst du nochmal erneut in der Reihenfolge von links oben nach rechts und dann von oben nach unten eingeben. Deshalb ist es wichtig, mach dir zum Beispiel einen Screenshot von diesem und schreibe deinen Namen dazu und lege dir das in eine Datei. Oder du machst ein Foto mit dem Handy und benennst das Ganze, dass das hier deine Passwort-Phrase für dein Wallet ist, weil das brauchst du, falls du es auf einem anderen PC mal wieder herstellen musst. Und wenn du das gemacht hast, klickst du auf Continue und dann zeige ich dir, wie das gleich aussieht. So, hier siehst du in einem anderen Versuchsbild, siehst du einerseits, hier sieht das dann so aus und du musst dann hier langsam die gleichen Worte zusammenklicken. Zum Beispiel klickst du dann zuerst auf Example, klick, dann auf Wise, klick, dann auf Gadget, klick und dann erscheint das auch hier oben wieder, bis du nachher alle zwölf Wörter hier drin hast und klickst auf Confirm wie Bestätigen. So, hier siehst du, wie es fertig aussieht. Hier in meinem Beispiel ist mein Wallet, nennt sich hier Klaus 1. Da hast du hier einfach den Namen, der steht hier oben. Hier stehen nochmal die Wallet-Adresse. Hier in diesem Fall wird der Betrag immer auch in US-Dollar umgerechnet. Und die Summe spiegelt sich auch hier unten wieder bei TRX. Da steht dann hier hinten die Summe. Und lass dich nicht verwirren, denn die Summe hat auch immer einen Punkt und drei Stellen hinter dem Komma. Also genau hinschauen, wenn da noch kleine Beträge stehen. Ja, was findest du hier noch? Hier rechts findest du noch Einstellungsmöglichkeiten, wie du zum Beispiel deinen Namen wieder ändern kannst. Unter Receive, da klickst du drauf, da ist praktisch deine Kontoadresse, die du auch brauchst, wenn du TRX von dem Exchanger her checken willst. Dann gehst du zuerst auf Receive, kopierst die Kontoadressdaten, gehst dann zu deinem Exchanger, gibst die als von dort senden zu diesem Wallet. Und dann kommt nachher die TRX hier auf diesem Wallet an. Und möchtest du zum Beispiel deine Gewinne, deine Profite von hier woanders hinsenden, dann klickst du einfach hier auf Send. Dann wirst du gefragt, wohin soll das Ganze gehen? Das heißt, du brauchst eine Empfangs-Wallet-Adresse. Und da kannst du es dann hinschicken und bestimmst einfach, wie viele TRX du versenden möchtest. Ja, so einfach ist es, ein Wallet zu kreieren. Und dementsprechend haben wir dieses Thema abgeschlossen. Du hast den Tron-Link erstellt, du hast ein Wallet kreiert. Du klickst hier drauf, um hier die Wallet-Adresse dir zu holen und dann Tron hier drauf zu schicken. So, und dann geht es praktisch im nächsten Schritt zum Geldtransfer.